Ein schönes Hallo und herzlich Willkommen hier aus Großen Ritte von der Firma ORF. Mein Name ist Matthias ORF. Ich habe noch einen tollen Tipp für Sie, wie Sie im Moment in der Corona-Zeit tanken können, ohne persönlichen Kontakt und ohne am Schalter bezahlen zu müssen. Shell hat sich da was Tolles einfallen lassen, denn mit der Shell App und der Funktion Shell Pay können Sie direkt in der App tanken. Funktioniert total einfach. Mir macht das richtig Spaß. Sie fahren an Ihre Tankstelle, starten die Shell App. Die App findet Sie über den Ortungsdienst vom Handy. Sie sagen, den Tankvorgang starten, geben die Zapfsäulnummer ein, tanken und müssen hinterher nur bestätigen. Sie bekommen den Beleg per E-Mail zugeschickt. Das Geld wird per Paypal von Ihrem Konto abgebucht und das war's. Sie können einfach wieder fahren. Sie müssen den Bezahlraum sozusagen in der Tankstelle gar nicht betätigen und haben auch weiter keinen Kontakt. Ich finde, das ist eine tolle Idee und vielleicht ist das ja auch was für Sie beim nächsten Tanken. Wenn Sie dazu Hilfe oder Beratung brauchen, dann melden Sie sich bei uns. 05601 97740, unsere Nummer für Telefon und WhatsApp. Bleiben Sie gesund bis zum nächsten ORF-Tipp. Alles Gute. Tschüss.